Yo, hallo, und also wir kommen zurück schon wieder bei Minecraft. Beim Fertigmachen von dem her. Und dann gehen wir schon schlafen. Jo. Und dann geht's los. So. Gute Nacht. Guten Morgen. So. Ich glaube, hier lassen können wir ja. Die Erde ist nicht so schlimm. Das können wir hier lassen, das. Das brauchen wir nicht, das werden wir nicht brauchen. Jo. Auf geht die Reise. Wir brauchen nur ein bisschen Sand. So vielleicht drei, vier Stacks. So. Und wie ich schon mal gesagt habe, also Gäste wird es geben. Aber nicht mehr so oft. Wir sind ein paar Leute haben es nicht so toll gefunden, dass ich ein paar Gäste dabei hatte. Und dann kommt es jetzt einfach nicht mehr so viel vor. So. 52 Sand haben wir. Da fehlt noch was. So. Wir brauchen nicht mehr noch mehr. Wir brauchen nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr. jetzt braucht es wieder weniger ich glaube wir machen es mit etwa 4 Stacks, das mit 4 Stacks reichen sicher hier haben wir noch mehr was läuft in dem Lied gerade ab ja genau so zuerst die 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 dann so nein keine Erde wir brauchen Sand nicht die Erde so wie du ich mach das Wort so ja Superspiel ist nicht Titanfall nein da schreibt mir ein anderer und es soll Titanfall mit ihm spielen er spricht nicht deutsch so also jetzt noch mehr Sand wir brauchen nicht mehr viel jetzt sind es auf 64 jetzt genau die Hälfte der Folge vorbei jetzt ist er auf lange gegangen so dann werfen wir das zeigen wir in den Ofen so also Eichenholzbretter können wir zum Feuern verwenden dann dann wir haben noch bei des Eichenzeugs aber das ist nicht mehr so hier ist hier ist ein Kohlhydrin also Looskates Sand wir können auch noch was machen die er wusste ich nicht dieses Lied das bereichen die den herren so 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 ich glaube wir machen hier mal das glas rein das war der dritte sang von meinem alten kanal d d erinnert mich an alte zeiten was macht dieses programm das mischt ich alles zusammen was ich da in der playlist habe oder wie haben wir es so mit dem holz sind wir gleich fertig genau gleich wie die aufnahme lass dich schneller abbauen du holz so so das den boden hätten wir gelegt hier braucht es wieder nachschub hier auch und hier noch nicht jo also tschüss bis zur nächsten aufnahme tschüss 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 tschüss